Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei XDB und dem Live-Trading. Ich freue mich, dass ihr hier mit von der Partie seid und wir jetzt über die Märkte gleich sprechen können. Es ist nach wie vor spannend. Es gibt viele tolle Situationen, über die wir reden können, über die wir reden sollten. Also gibt es sehr gute Gründe, dass wir jetzt mal auf den Live-Chart gleich schauen. Gebt mir kurz bekannt, ob ihr sehen und hören könnt. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Also ich meine nicht generell, sondern hier ganz konkret, ob alles zu sehen ist. Und bevor wir jetzt auf den Live-Chart dann rübergehen, muss ich nochmal, viele von euch kennen das schon, zwei, drei Folien nochmal kurz bringen, einfach um die Situation ein bisschen zu klären. Eins ist der Risikohinweis, ganz wichtig. Natürlich versuche ich die Sachen gleich so einfach, wie es geht, zu erklären und so praxisnah, wie es eben geht. Und vieles wird ganz leicht aussehen, dass man nachher sagt, Mensch, das ist doch wirklich einfachst. Was mache ich mich da immer verrückt? Verrückt machen soll man sich natürlich nicht, wenn man an der Börse ist. Aber auch wenn man ganz professionelle Tools beispielsweise anwendet, ganz sinnvolle Herangehensweisen da an den Tag legt, kann es sein, dass einzelne Trades negativ sind. Rechnet damit. Kalkuliert das Risiko so, dass einzelne Trades auch negativ sein können, notfalls auch mal mehrere in Reihe. Das kann passieren. Das ist auch nicht wirklich schlimm. Also unangenehm, das machen wir uns nichts vor. Aber das kann passieren. Aber wenn ihr damit rechnet, dann habt ihr euer Kapital typischerweise geschützt. Und dann kommt ihr auch durch solche Phasen immer wieder durch. Für uns ist das ein Bestandteil des Handels. Das werden wir gleich sehen, wenn wir den einen oder anderen Trade mal platzieren. Dann können wir sehen, wie macht er das. Also Risk und Money Management, ganz wichtige Punkte. Und immer davon ausgehen, es kann doch ganz anders kommen, als man glaubt. Ist es dann immer noch für mich okay? Oder ist es dann so, dass ich sage, das ist jetzt aber total unangenehm. Also deshalb da ein bisschen aufpassen. Da möchte ich nicht, dass ihr unter die Räder kommt. So, ansonsten noch ein Hinweis zu mir, zu meiner Person. Ich bin selber aktiver Händler. Mein Team und ich, wir platzieren natürlich permanent Trades. Dementsprechend kann es sein, dass ich befangen bin, dass ein Interessenskonflikt vielleicht da ist, weil ich vielleicht jetzt gerade sage, der Markt geht doch in die richtige Richtung. Oder in die falsche Richtung. Dann werde ich jetzt mal in die andere Richtung ein bisschen leiten. Machen wir uns nichts vor. So viele sind wir hier nicht, auch wenn es immer mehr werden. Ich freue mich darüber, dass so viele Leute hier zu uns finden immer. Aber wir werden den Markt natürlich nicht bewegen. Also ich werde das so neutral, wie es geht, darstellen. Aber eine gewisse Befangenheit kann natürlich da sein. Deshalb hinterfragt, was ich mache. Ihr dürft auch Fragen an mich stellen. Wieso glaubst du das jetzt hier so oder so? Du hast doch sonst immer gesagt. Also alles, was zur Klärung beiträgt, ist hier herzlich willkommen und natürlich erlaubt. Ansonsten noch ein Hinweis, ich bin nicht eingefahren auf eine bestimmte Zeit. Also ihr seht, Haltezeiten sind sehr breit aufgestellt. Ihr könnt das, was wir jetzt heute Abend besprechen, auf eurer Lieblingszeitebene einsetzen. Das spielt eigentlich gar nicht die ganz große Rolle, solange genügend Volumen im Markt ist. Also jetzt nicht unbedingt im 10-Tick-Chart oder sagen wir im Minuten-Chart. Ugarische vor Rind gegen Tschechische Krone, nachts um vier. Das wird dann ein bisschen eng wahrscheinlich von der Marktteilnehmerzahl. Aber generell ist es auf alle Zeiten anwendbar und natürlich auch auf alle möglichen Märkte. Also wenn ihr eine Vorliebe für Aktien habt oder für doch lieber die Rohstoffe beispielsweise. Das spielt gar keine Rolle. Es ist dann übertragbar. Nutzt das gerne dann auf dem Markt eurer Wahl. So, dann wollen wir mal gucken. Wechseln wir mal auf den Chart in der Hoffnung, dass der uns was Schönes bereithält, was wir dann auch gleich nutzen können. Und jetzt muss ich Abrakadabra machen. Und wenn alles klappt, seht ihr jetzt den Chart. In dem Fall ist es jetzt der Gold-Chart. Wir haben heute Nachmittag schon mal hier so ein bisschen drauf geguckt. Hier im vorauseilenden Gehorsam. Gibt es hier irgendwelche Situationen? Und tatsächlich bei Gold haben wir ein bisschen was gefunden, wo ich gesagt habe, es ist vielleicht nicht perfekt. Ich sage auch gleich, warum nicht perfekt. Aber es ist zumindest ein gangbarer Trade. Und im Moment sieht es ja mal zumindest nach der richtigen Richtung aus. Man könnte den Stop auch hier schon gut nachziehen. Ein Stückchen hier Richtung Einstieg. Denn der Rücksetzer sollte jetzt dann auch nicht riesig mehr sein, wenn er jetzt schon so läuft. Aber wie ist es dazu gekommen? Schauen wir uns das Ganze mal kurz übergeordnet an. Dann fangen wir mal hier ruhig mit dem Goldkurs an. So, dann haben wir hier die deutliche Abwärtsbewegung, aber korrektive Abwärtsbewegung, die wir hier haben. Und wir haben hier in diesem Bereich so ein bisschen Fibonacci-mäßig was. Ich will das jetzt nicht bis ins Letzte auszeichnen, aber wir sehen, dass wir in etwa hier in diesem Bereich jetzt hier eigentlich gut gelaufen sind. Und wenn ich sage, das sieht aber bei mir manchmal anders aus, das liegt daran, dass es unterschiedliche Darstellungen linear oder logarithmisch gibt. Also je nachdem, welche Darstellung man hier wählt. Also wir hätten sogar noch ein bisschen mehr Platz hier auf der Unterseite, bis wir das Ding hier erreicht haben. Aber es gibt so ein paar Indizien, dass wir in so einen Unterstützungsbereich jetzt hier reinkommen. So zwischen 50 und 61,8, um es mal so ganz grob zu sagen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht auch noch eine Extension-Marke. Hier seht ihr, ich habe es jetzt von da nach da gezeichnet, ist die Extension-Marke. Das ist so die. Und dann seht ihr die Spanne, in der der Markt hier so in etwa eben angekommen ist. Und dementsprechend eine Chance auf einen Dreh hat. Vorsichtig, keine Garantie, aber eine Chance auf einen Dreh. So, das war die Voraussetzung, die wir im Hinterkopf hatten, auf die aktuelle Marktlage. Und daraufhin haben wir uns das hier ein bisschen genauer mal angeguckt, hier auf der kleineren Zeit eben. Ich will jetzt nicht so sehr über alte Trails reden, die schon gelaufen sind. Aber ich muss sagen, ich hatte hier schon, eigentlich, ich hatte hier schon feuchte Hände. Warum? Ich muss es mal so machen, dass man noch nicht sieht. Das ist ein wunderschöner Anstieg. Hat sogar, das sind fünfwellig was. Also schöner hätte man es nicht faken können, mehr oder weniger. Eine A, B, C hier runter und ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Und long gegangen, wenn wir das Ganze getriggert hätten. Jetzt hat der Sauhund hier aber die Abwärtsseite nochmal gemacht. Scharfe Bewegung, runter wackelig irgendwie immer hoch. Scharf, runter, wackelig hoch. Also das klassische Prinzip für die Short-Seite. Und jetzt haben wir so ein bisschen das umgekehrt, allerdings mit ein paar Einschränkungen. Und das will ich jetzt mal eben erzählen, damit ihr auch seht, wo eventuell Pferdefüße sind und wie man damit umgeht. Der Trade, den ich euch jetzt zeige, ist nicht mein Lieblings... Also es ist 100% mein Lieblings-Trade, aber er hat ein paar Qualitätseinbußen. Das muss man dazu sagen. An sich ist das die starke Richtung, würde man sagen, das ist die wackelige Richtung. Was das Wackeln angeht, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass die Gegenbewegungen hier überschneidend sind. Das ist eigentlich hervorragend passend. Und wir können auch hier in dem Fall mal Fibonacci. Wir erinnern uns, so ein Rücksetzer sollte ja gerne so 50 bis 61 ist sowieso so ein Klassiker, wenn er da runter geht. Und für uns war das hier ein möglicher Einstieg hier für die Long-Seite. So, was war jetzt das Manko an der ganzen Geschichte? Erstens mal, die Abwärtsbewegung ist ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu steil gewesen für meinen Geschmack. Ja, das kann man so auf verschiedene Art und Weisen abschätzen. Also ihr könnt mal so ungefähr gucken, das ist der Winkel der Aufwärtsbewegung. Und wenn ihr jetzt so ungefähr mal abschätzt, der Winkel der Abwärtsbewegung, ich mache es jetzt mal sehr einfach. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ein bisschen komplexer zeichnen, aber wenn ihr das so ungefähr seht, dann seht ihr, der ist eigentlich eine Stufe zu schnell. Ich hätte das lieber gehabt, wenn das hier außerhalb wäre. Dann wäre nämlich die Korrektur etwas langsamer, also weniger dynamisch als die Aufwärtsbewegung. Das habe ich noch lieber. Das gibt also einen kleinen Abzug in der B-Wertung. So, und jetzt gibt es aber noch was, nämlich die Aufwärtsbewegung. Die hat doch hier so Gegenbewegungen und sie ist dynamischer als die Abwärtsbewegung. Yep, so weit, so gut. Aber irgendwie so richtig toll, also toll im Sinne von so oder von so ist sie auch nicht. Und deshalb, auch das gibt kleine Abzüge und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über verschiedene Qualitätsmerkmale und ich teile meine Trades an A, B, C Trades sozusagen. Ein A ist, wenn alles mustergültig ist. Also theoretisch, so wie ich es hier gezeichnet habe und dann so, das ist eigentlich, das ist super. Das ist nahezu perfekt. Ja, also da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Da dann Trigger und reingehen und fertig. Ja, alles schön voneinander unterscheidbar. Man sieht, was die starke Seite ist und so weiter. Gibt es kleine Fehler, wie etwas zu schnell, dann gibt es Abzüge, dann ist es vielleicht noch ein A-Trade oder ein B-Plus sozusagen. Wenn es aber schon zwei kleine Fehler gibt, dann geht das Ganze halt in Richtung B-Trade. Ja, also das muss ich hier dazu sagen, auch wenn der jetzt natürlich wunderschön läuft. Es ist ein B-Trade, das muss man ganz klar sagen. Also nicht die perfekte Variante, die kann man auch noch handeln. Einige sagen ja, dann handeln doch nur die A-Trades. Ein kleiner Stichwort dazu oder Gedankengang dazu ist, A-Trades gibt es viel weniger. Die Qualität der A-Trades ist deutlich besser und auch das Ergebnis eines A-Trades ist deutlich besser. Aber wenn ich nur die A-Trades mache, habe ich halt nur wenige Trades im Monat, die dann sehr gut sind. Wenn ich die B-Trades mache, dann wackelt meine Ergebniskurve ein bisschen mehr, weil das Ergebnis etwas unsicherer ist. Aber dadurch, dass es eben viel mehr B-Trades gibt, ist trotz alledem mein Ergebnis am Monatsende sogar besser. Das muss man ein bisschen rausfinden, wie viel man noch gerne akzeptiert. Sprich, ob man sagt, nee, das ist mir zu unangenehm, wenn ich da ein Negativ-Trade mache, ob ich den noch mitmache oder ich will nicht schon wieder eine Situation verpassen. Da müsst ihr gucken, wie ihr da so in etwa tickt. Wir machen B-Trades auch. Das ist, wie ich finde, vielleicht etwas, was Richtung B- ist. Wie kann er das sagen? Läuft doch super. Ja, aber die Voraussetzungen sind halt nicht wunderschön. Deshalb kann er ja trotzdem laufen. Aber mit diesen Einschränkungen, das ist ein bisschen, ja, muss man eben wissen, dass das die Qualität der Aussage ein wenig reduziert. Aber im Moment läuft es ja. Insofern soll man sowieso nicht malen. Und das Chance-Risiko-Verhältnis für das Ding ist sehr schön. Wir hatten das ausgerechnet. Bei einem Risiko von 100 Euro am Beginn wären das hier, ich muss jetzt lügen, das ist jetzt ja nicht mehr 1 zu 1, jetzt hier waren das, glaube ich, ungefähr das Dreieinhalbfache oder über Dreifach. Und ich denke, das kann man durchaus machen, um im Prinzip die Trefferquote dann auch dann, also die rechtfertigt sich dadurch, durch dieses gute Chance-Risiko-Verhältnis. Ich denke, das kann man schon machen. Noch dazu hat mir übergeordnet ja eine gewisse Unterstützung jetzt hier erreicht. Also ich denke, das würde schon passen. So, dann kam jetzt die Frage, sehr schön, ist eine gute Frage, sollte Stopp nicht dann schon mindestens auf den Einstand gesetzt werden? Das ist jetzt die spannende Frage. Nach welchen Kriterien platzieren wir jetzt unseren Stopp? Also ich bin typischerweise jetzt kein klassischer Einstandsnachzieher im Sinne von Hauptsache positiv. Also wenn ich nur mal als Beispiel hier 100 riskiert habe, ist mir das jetzt ehrlich gesagt, ob ich hier 5 Euro gewinne oder 5 Euro verliere, das macht das nicht fett. Also einige sagen, Hauptsache positiv, da haben wir nicht so 5 Euro gewonnen. Das sehe ich nicht so, weil ich einfach sage, also 5 Euro positiv oder 5 Euro negativ, es ist eine Null, machen wir uns nichts vor. Das ist also kein Beweis, ah, guck mal, nochmal ein positiver Trade mehr. Viele zählen ja ihre positive Trades und sagen dann, wenn ich hier aber 1 Euro positiv mache, dann habe ich ein positiver mehr. Dann habe ich natürlich eine viel bessere Performance, was die, ja, mehr Gewinn-Trades als Verlust-Trades. Aber es nützt ja nichts, wenn ich hier dann regelmäßig ausgestoppt werde, nur weil ich gerade nicht mehr ins Minus wollte und danach läuft er weiter. Also eigentlich, wenn ich nach Elliot argumentiere, muss der Stop so liegen, dass ein Rücksetzer, den wir jetzt hier haben, der ja noch durchaus passieren kann, so ähnlich wie das, was wir hier haben oder vielleicht hier hatten beispielsweise, dass dieser Rücksetzer uns eben nicht mehr rausholt. Ja, also die einfachste Variante, das zu tun, das ist allerdings die, die auch am weitesten weg ist. Wir ziehen immer nach auf die 78er Marke. Das ist extrem unattraktiv, weil demnach müsste der Stop sogar erst hier unten noch liegen. Warum da unten? Ist das denn sinnvoll? Naja, jedweder Rücksetzer darf ja bis 50 bis 61,8 gehen. Das ist ja sogar sehr typisch. Also wenn wir jetzt hier eine interne Korrektur kriegen, wäre ein Rücksetzer bis hier nicht wirklich außergewöhnlich. Nur bis zu der Marke, das wird dann schon relativ wenig realistisch, also die 78er Marke. Also wenn ich sage, ich möchte unbedingt nur ausgestoppt werden, wenn meine Idee futsch ist, ja, dann muss der Stop hier drunter beziehungsweise eigentlich dann hier hin. Also quasi kaum nachgezogen. Aber das ist zugegeben natürlich etwas, was man nicht so gerne hat und deshalb ist es nachvollziehbar, dass man mehr nachzieht. Nachvollziehbar, dass man nachzieht. Ja, sehr schön. Also das ist durchaus, wie ich finde, ein Gedanke, der absolut stimmig ist. Wenn ich jetzt die Alienwellen dafür benutze, muss ich wirklich diese Korrektur jetzt im Hinterkopf behalten. Ja, also die, 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 wie groß die Korrektur eben sein darf. Vereinfacht wäre, das ist etwas, was wir gerne machen, dass wir dann zum Beispiel den Parabolik, das ist einer der einfachsten Kollegen, hinzuziehen und sagen, dann soll er da halt hinterherziehen. So, ja, welchen nimmt man jetzt? Soll ich jetzt den nehmen? Muss ich den jetzt hier verändern? Der ist jetzt natürlich viel zu knapp. Ja, ist natürlich schön, da kann ich jetzt meinen Gewinn super absichern, aber mein Ziel ist ja nicht in irgendeiner Form hier einen Gewinn zu machen, sondern mein Ziel ist, dass wir in die Nähe dieser Marke kommen. Nicht zwangsweise, dass wir die erreichen. Aber ich sage mal, so 80 Prozent dieser Beziehung hätte ich dann schon eigentlich gerne. Also da würde ich schon in die Nähe gerne kommen. So, bei dieser Enge des Stops ist die Gefahr, dass ich negativ bin, zwar ganz schnell gebannt, aber die Chance, dass ich auch nur in die Nähe dieser Geschichte komme, sehr limitiert. Denn wenn der jetzt hier auch nur so eine kleine Korrektur macht, wo man nachher sagt, Mensch, Rüdiger, hast du auch wieder super erkannt hier, ja, fliege ich raus. Wer jetzt super aktiv ist und sagt, nur, dann gehe ich halt hier wieder rein. Ja, kein Thema. Aber wer sagt, bitte jetzt mich nicht alle paar Minuten in hier eine Position aufmachen, zumachen, aufmachen, zumachen. Das ist mir zu stressig, zu anstrengend, vielleicht zu teuer, was Gebühren angeht. Wobei, hier gibt es direkt jetzt keine Gebühren, sondern das wird über den Unterschied zwischen An- und Verkauf geregelt. Was natürlich indirekt ja auch eine Gebühr ist, machen wir uns nichts vor. Aber eben jetzt nicht als eine extra Gebühr dann jetzt ausgewiesen wird. Aber dieser ist also nicht dafür geeignet, wenn ich hier drin bleiben will. Und er hat ja auch hier nicht gut funktioniert. Er war ja auch hier viel zu eng. Also an der Stelle. Das heißt, insofern ist es sinnvoll, dann den Stop ein bisschen weiter zu fassen. Und das kann man machen, indem man die Parameter ändert. Oder was ich immer als erstes mal teste, was wäre denn, wenn ich die Zeiteinstellung ein bisschen ändere. Jetzt habe ich alle 15 Minuten und habe dann die Punkte hier. Jetzt ist das hier vorne, wie ich erwähnt habe, eine doofe Situation. Also die gefällt mir hier nicht so gut. Und deshalb muss ich das jetzt nicht unbedingt optimieren, weil der wäre hier auch doof gewesen. Da wäre ich hier schon mal ausgestoppt gewesen. Könnte jetzt mal hier auf dem Halbstunden-Ding einfach nur mal zu gucken. Halbstunde ist in Ordnung. Also Halbstunde hätte auch dieses Ding hier vorher mitgemacht. Also ich könnte jetzt ohne weiteres sagen, und das wäre auch durchaus clever, hier vorne hat eine halbe Stunde gut funktioniert. Dann wird wohl hier hinten auch eine halbe Stunde ganz gut funktionieren. Also ich halte mir die Chancen offen. Ich setze meinen Stop hier hin. Was allerdings bedeutet, dass ich so gut wie gar nicht nachziehe hier in diesem Moment. Ich bin immer noch, obwohl der Kurs schon so schön gelaufen ist und wir schon ganz gut im Plus sind. Wobei, das ist hier aus mehreren Positionen. Das ist jetzt nicht alleine jetzt unbedingt Gold. Wobei ich gar nicht sicher bin. Es kann sein, dass die anderen sogar im Minus sind. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, wir haben noch eine Aktie, die hier noch läuft. Aber Gold ist das Wesentliche jetzt hier. Also insofern läuft es doch ganz gut. Soll man so viel da noch mal hergeben? Das ist die Frage, inwieweit man das Ding hier eben erreichen will. Ich bin da, was das angeht, unängstlich. Eine einzelne Position spielt für mich immer gar keine Rolle. Für mich könnte man auch theoretisch sagen, wir lassen den Stop hier. Wir haben hier unser Target. Hol dir eins. Ich riskiere 100, gewinne 350. Entscheide du, was ich kriege. Und ich verändere den Stop gar nicht. Kann natürlich bedeuten, dass der Kurs bis dahin läuft und mich dann komplett negativ ausstopft. Wäre aber eine Möglichkeit. Gerade für diejenigen, die nicht aktiv nachziehen können und so weiter. Die brauchen dann natürlich ein bisschen dickes Fell. Weil einige können mit Sicherheit nicht gut damit leben, zu sehen, guck mal, zack, und noch voll negativ. Auf der anderen Seite, wie häufig passiert es, dann wird man hier ausgestoppt, dann läuft er dahin, kriegt man aber nicht mit, weil man hier zu eng ausgestoppt hat. Gott sei Dank hat man hier noch 10 Euro verdient. Aber darum ging es ja nicht. Es ging ja nicht darum, dass ich 10 Euro verdiene. Eigentlich wollte ich hier die 350 mitnehmen. Also insofern, da muss man ein wenig gucken, was für einen selber am sinnvollsten ist. Und dementsprechend die Idee aufbauen. Wenn meine Idee ist, ich will so eine Bewegung wiederhaben, ist sogar der hier auf halbe Stunde Basis absolut in Ordnung. Müsste der Stop, also wieder ungefähr auf das Einstiegsniveau. Weil am Anfang war der ja in etwa hier jetzt, weil die 78er mag. Ihr wisst, das ist immer mein Stop. Ich sage mal, auch eine gängige Alternative wäre jetzt vielleicht 15 Minuten Basis. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Mittelweg. Ja, also nicht zu eng. Also ein bisschen wackeln darf er, aber man reduziert auch die Risiken deutlich. Das müsst ihr für euch entscheiden, wie ihr da drauf seid. Wir haben in der Regel sehr viele Trades offen. Parallel auch. Das heißt, ob dieser jetzt positiv wird oder nicht, ist für uns gar nicht so kriegsentscheidend, weil es auch nur einer von vielen Trades ist, den wir machen. Allerdings, wenn er dann läuft, wollen wir den auch möglichst weit Richtung Ziel dann sehen. Also tendenziell den Stop lieber etwas weiter dann fassen. Wir können jetzt mal, damit wir gleich die Gelegenheit haben, den ein bisschen hier live nachzuziehen, ziehen wir ihn jetzt mal nach dieser Methode nach. Das heißt, im 15-Minuten-Chart, alle 15 Minuten müssen wir diesen Dinger jetzt hier anpassen. Ja, also das ist jetzt quasi eine Variante oder eine Möglichkeit, die man da jetzt vorangehen kann. So, also das ist Punkt Nummer eins. Nächster Punkt ist, jemand hatte nachgefragt, völlig zu Recht, wäre es nicht sinnvoll, hier auf den Supertrend zu gehen? Der Supertrend ist eine Alternative. Er macht im Prinzip das Gleiche wie der Parabolik. Ihr seht, die sehen auch ziemlich ähnlich aus, wobei der Parabolik eher einer ist, der enger zieht, wenn es langsamer wird, während der Supertrend etwas ist, der notfalls auch mal waagrecht geht. Also der lässt mehr Raum offen. Ihr seht, das ist aber jetzt kein Riesenunterschied. Müsst ihr selber ein bisschen gucken, was für euch sinnvoll ist. Eine Idee, im ersten Teil lieber den etwas weiteren nehmen, aber je dichter wir auf das Target zulaufen, würde ich auf den Parabolik gehen, weil der halt zuzieht. Also sprich, wenn der gleich dann mal irgendwann die Laune verliert, nehmen wir mal an, der läuft jetzt hier irgendwie und dann fängt er an so und sagt, ja, wir haben doch unseren Spaß gehabt, dann würde der Supertrend hier einfach weiterlaufen, so parallel, während der Parabolik dann irgendwann sagt, also wenn du nicht mehr Bock hast, dann ziehe ich dir die Gurgel zu, so ungefähr, und nimm dann da halt mit. Also deshalb finde ich, je dichter es hier auf das Target zugeht, den Wechsel auf den Parabolik eigentlich ganz sinnvoll. Also man kann aber, wie gesagt, auch beide machen oder kann eben sagen, okay, ich nehme am Anfang, gebe ich ihm mehr Raum, klassischerweise Supertrend, und hinten raus, mache ich ihm den Raum eng, dann nehme ich den Parabolik erst halt ab. So, jemand sagte gerade hier, sehr schöner Hinweis dazu, ist das hier nicht ein Shootingstar hier, ist das nicht ein Umkehrzeichen? Jawohl, das ist es, also das ist eine klassische Umkehrkerze, sehr schön gesehen. Beeinflusst die mich jetzt? Nein, überhaupt nicht. Das kann natürlich sein, dass der Kurs jetzt runter geht, aber ich würde mich ja sowieso nicht wundern, wenn er das macht. Dagegen spricht ja eigentlich auch nichts. Also ich habe nicht die Erwartungshaltung, der muss in einem Stück hier nach oben gehen. Eine Korrektur wäre ja sowieso sehr nachvollziehbar, ob das jetzt genau so aussieht, wie ich es jetzt gezeichnet habe, aber alles super. Ja, also wenn ich jetzt bei jeder Umkehrkerze jetzt hier in Panik gerate und sage, ich schließe die Position, dann bin ich natürlich super aktiv, permanent hier dabei, aber völlig richtig erkannt, das ist erst mal eine Umkehrkerze. Wer solche handeln will, würde ich empfehlen, allerdings niemals diese Kerzen alleine zu sehen, sondern immer in Verbund mit Unterstützung und Widerstandsmaten. Ja, das erhöht die Chance auf jeden Fall, denn eine solche Kerze sagt nicht, dass das passiert, sondern sagt eher aus, dass irgendwie vorläufig diese Tendenz erst mal angehalten wird und ob es dann doch so weiter oder so weiter geht, das sagt die Kerze nicht mehr aus, das sagt das Gesamtbild dann aus. So, aus meiner Sicht ist das Gesamtbild weiterhin positiv, so was würde mich jetzt für diese Überlegung nicht mehr stören. Aber sehr schön gesehen, also das kann oder ist definitiv etwas, was als Umkehrkerze gesehen wird und dementsprechend muss man damit rechnen, dass jetzt eine Korrektur eben kommt, aber hatten wir ja auch hier ein paar Mal, beziehungsweise hier in der deutlichen Abwärtsbewegung hatten wir hier auch ein paar Gegenbewegungen, da kann es ja auch weitergehen. Also für mich ist das jetzt nichts, was in irgendeiner Form für mich jetzt störend ist, denn damit muss ich ja theoretisch dann auf jeden Fall rechnen. So, damit sind wir hier erst mal Azure, gucken wir uns mal erst mal was anderes an. Hier müssen wir jetzt vorläufig erst mal nichts machen, wir können um 19 Uhr vielleicht nachziehen ein bisschen, das müssen wir auch gucken, wir können dann auch schauen, ob wir wirklich auf diesem Modus tatsächlich bleiben. Generell gesprochen kann man sagen, dass das natürlich in Trendrichtung immer schön nachzieht, deshalb mag ich diese Logik per se schon, aber sie ist natürlich doof im Gegensatz zu den Alienwellen, weil die natürlich die überhaupt nicht berücksichtigt. Also wenn der jetzt hier ein wunderschönes Korrekturmuster macht, dann sagt der sich, ich ziehe ihm Zweifelsfall zu, wo wir als Alienwellenfreaks sagen, oh Mensch, perfekt, geil, da kann ich gleich ja sogar fast nochmal long gehen, weil er die Richtung ja nochmal bestätigt. Ja, also das muss man immer gucken, welche Variante man da bevorzugt. Ich liebe eigentlich die Alienwellensystematik, also auch für die Stops, aber meistens nehmen wir auch so ein Verfahren der Einfachheit halber, weil es einfach leichter ablesbar ist, auch gerade, wenn man zu mehreren da drauf guckt und man sagt, übernimmst du jetzt die nächste Stunde hier, zieh die Stops einfach nach, das ist für alle Menschen dann gleich, wo der nächste Punkt ist, da liegt dann der Stop sozusagen. So, okay, gucken wir uns mal ein paar andere Sachen an. Ihr hattet euch sogar ein bisschen was gewünscht. Das können wir jetzt mal als nächstes erst mal machen. MMMM, wo sind wir? Machen wir mal hier. Muss ich mal selbst gucken, was ihr hier euch da teilweise gewünscht habt. Wir werden natürlich gleich die Indizes auch nochmal machen, aber weil ich das jetzt hier gerade sehe. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich den ja, aber wie heißt das? Nell Asa? Nell Asa? Mache ich da gerade einen Fehler? Bin ich, sehe ich drauf? Ich weiß nicht, welche Aktie das ist, nur falls nochmal sagen. Dann AT&T, das ist doch, nee, 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 nee. Das ist Kürzel für AT&T, dann machen wir uns gleich richtig hier. AT&T, ach T ist das, ich bin ja auch bescheuert. Ich wollte doch gerade sagen, das ist doch nicht mit A. Weil alle, die ich mit A kenne, die kommen nicht auf AT&T raus irgendwie. So, sehr schön. Eigentlich eine coole Geschichte. Wir sind hier im Stundenchart, aber ich gehe erst nochmal hier in das übergeordnete Bild. Und dann gucken wir mal hier. Ganz übergeordnet hier die Abwärtsseite. Okay, lassen wir die mal so kurz im Raum stehen. Relativ gut nach oben, jetzt wackelig nach unten. Da könnte man doch theoretisch sagen, müsste das nicht eine Bewegung nach oben haben. Tatsächlich, also wenn er hier jetzt drüber geht, über diese Marke, dann halte ich es für durchaus gangbar, dass das hier sich nochmal fortsetzt, also wir weiterhin nach oben dann nochmal gehen. Aber er müsste dann erstmal hier diesen Dreh haben. Also für mich wäre das hier eine Geschichte, die ich mir vorstellen kann. Das ist die deutliche Bewegungsrichtung. Das ist die vergleichsweise wackelige Bewegungsrichtung. Und wenn er darüber hinausgeht, kann man da nicht schon im Vorauseilen jetzt hier einen Short, Entschuldigung, einen Long aufmachen, also hier unten schon. Das wäre dann ja noch besser. Ja, aber nicht auf der Tagesbasis hier. Also ich finde das zu gewagt, jetzt hier auf dieser Zeitebene das einfach zu machen. Und ich habe eben gerade auf dem Stundenschart was gesehen, was ich total klasse finde eigentlich, weil das macht einen hervorragenden Eindruck. Das ist jetzt das letzte Ende hier. Und wenn ich mir das genau angucke, dann sieht das aus wie eine scharfe Abwärtsbewegung, wie was Wackeliges nach oben, wie eine scharfe Abwärtsbewegung, was Wackeliges nach oben. Und eigentlich müsste dann noch die fünfte, die letzte Welle hier nach unten kommen. Und danach ist dieses Muster erstmal rum. Und jetzt kommt's. Wenn das jetzt erstmal rum ist, ja, wie geil ist das denn? Dann müsste doch jetzt dann entweder es Wackelig hochgehen, dann geht es nochmal weiter runter. Oder aber, von diesem Punkt geht es dann schubmäßig nach oben. und wir ändern unsere Richtung und ab dann geht es dann wirklich nach oben, wie ich gesagt habe. Und da muss man vielleicht gar nicht hier oben erst long gehen, sondern kann gegebenenfalls sagen, dann kann ich doch hier schon long gehen. So ähnlich, wie wir das hier mit dem Short hätten machen können. Wer es gesehen hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich zoome das nochmal ein bisschen rein, dann sieht man das vielleicht noch besser. Wir haben die Schubrichtung nach unten, wir haben eine ABC hier, also irgendwie was Wackeliges hier in die Richtung. Es ist nicht ganz perfekt, weil der Punkt nicht so hoch ist. Aber ihr seht den Unterschied zwischen hoch und runter, also zwischen der starken und der schwachen Seite. Und immer wenn ihr das seht und je deutlicher das ist, dann habt ihr beste Voraussetzungen, das zu sehen und gegebenenfalls damit einzusteigen in die Geschichte. Also das ist etwas, was ich immer super attraktiv finde, wenn ich sowas hier sehe. Das haben wir unter anderem auch bei, jetzt müssen wir mal schnell gucken, bei einigen Währungen gehabt jetzt hier. Ich glaube, hier ist das nämlich, müssen wir wahrscheinlich schauen, aber nicht auf der Zeitebene, sondern ich sage mal auf dieser hier. Guckt euch das mal hier an. Finde ich eigentlich aktuell sehr, sehr spannend. Guckt euch die scharfe Abwärtsbewegungen an, außer gegen US-Dollar beispielsweise. Ist nicht nur bei dem Währungspaar, gibt noch ein paar andere, aber scharfe Abwärtsbewegungen und jetzt im Moment wackelig hoch. Das heißt, wenn er hier jetzt durchfällt, dann ist das für mich sehr, sehr gut nachvollziehbar, eine Short-Situation. Weil das ist die starke Richtung, das ist die schwache Richtung. Im Moment ist es noch zu früh, weil der Kurs jetzt noch weiter steigt. Es ist nicht gesagt, dass er fällt, aber das ist zumindest mal eine sehr, sehr klassische Ausprägung, die wir hier haben. Und das gibt es bei vielen Währungen mit dem Aussie aktuell. Ich weiß gar nicht genau, wo ich die jetzt hier alle habe. Ich sortiere das gerade ein bisschen um hier auch für euch. Ich glaube auch die Kanadier, wo haben wir es? Die Kanadier, Kanadier, genau, der hier ist ähnlich. Ihr seht auch hier, Schub runter, wackelig nach oben. Also hier ist im Prinzip die Erwartungshaltung für die Short-Seite. Ich mache jetzt mal für euch den Trade schon mal auf. Eigentlich finde ich es noch eine Idee zu früh. Aber machen wir es trotzdem mal, einfach damit wir das mal übungsmäßig. Warum ist es noch zu früh? Zeige ich euch gleich. Wo gehe ich rein in diese Situation? Im schlimmsten Fall hier unten drunter. Letzter hoch, vorletzter hoch, der da. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich jetzt hier so einen Trendkanal habe und das hier auf der Unterseite so schön passt und auf der Oberseite so mäßig, dann würde ich sogar sagen, kann man bestimmt auch hier schon shorten. Vielleicht sogar da. Aber ich würde mal sagen, als Kompromisslösung hier. So unter diesen Tief. Ja, weil wir immer noch dann im Trend, in dieser Trendkanal-Ecke sind. Also das würde passen. Also ich sage mal, das hier ist ein guter Trigger für diese Bewegungsrichtung. Wenn wir da durchgehen, dann lässt es sich mit einer Long-Überlegung sowieso jetzt nicht mehr gut erklären. Theoretisch, ja, können sogar hier auf den nehmen. Das macht den Kohl auch nicht so richtig fett. Also ich sage mal, stellt euch vor, der Kurs geht hier unten durch. Wie soll denn das Long-Szenario dafür aussehen? Also Trigger wäre diese Marke. So weit, so schön. Wo ist der Stopp für die Geschichte? Und jetzt der Grund, warum ich eigentlich diese Order noch nicht so 100% rein stelle. Also ich stelle es jetzt so 100% rein. Ich verfürchte, aber wir müssen vielleicht nochmal anpassen. Unter der Voraussetzung, dass das hoch hier bleibt, auf dieser Höhe hier. Mein Einstieg liegt hier knapp drunter, weil bis wir dann getriggert werden, das ist ungefähr da. Dann liegt mein Stopp auf der 78er-Marke. Natürlich nehmen wir mal an, der geht jetzt doch nochmal einen Zentimeter hoch oder einen Millimeter hier nach oben. Dann muss ich natürlich den anpassen. Je nachdem, wo das hoch ist, wackelt dann auch meine 78er-Marke, also quasi mein Stopp. Aber im Moment ist das ja die höchste Marke, also nehmen wir das hier als die Stopp-Marke. So, und dann machen wir immer noch unsere Mindestziel-Überlegung. Dafür nehmen wir die Fibonacci-Erweiterung und sagen, das war doch die erste Bewegung. Und im Moment ist das das hoch. Dann haben wir hier die Zielmarke für die zweite. Und damit haben wir den Trade aus aktueller Sicht eigentlich schon fertig definiert. Jetzt klicken wir noch hier drauf, dass wir noch ein bisschen den Entry fertig machen müssen. Das ist quasi hier auf der Höhe, das habe ich ja gesagt, hier unten drunter. Ein bisschen müssen wir immer berücksichtigen, den Spread. Also das ist mein Short-Einstieg. Mein Stopp liegt auf der 78er-Marke. Das brauche ich einfach nur hier auf die 78 zu klicken. Und mein Target liegt auf der 100er-Marke. Da gehe ich eine Kleinigkeit drüber. So, damit habe ich im Prinzip den Trade vorbereitet. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt nochmal. Die Marken habe ich jetzt hier schon fertig gemacht. Das passt. Und ich kann jetzt hier sehen, wie viel riskiere ich zum Beispiel für den Trade. Und ich möchte pro Trade normalerweise immer so um die 90, 95 oder so in der Richtung knapp oder 94. Das ist so meine Risikogröße. Jetzt mache ich einfach die Größe so, das kann ich ja anpassen hier, dass da so um die 95 oder 94 so was steht. Und ich sehe, bei dem Risiko würde ich jetzt 276 gewinnen. Das ist eine gute Chance. Risikorelation finde ich absolut in Ordnung. Gibt es kein Problem. Aus meiner Sicht. So, zack. Order reingestellt. Fertig. So, was ist jetzt das Entscheidende? Ich habe jetzt einerseits mein Risiko so groß, wie ich das gerne hätte. In dem Fall knapp 100 Euro. Das ist meine Risikogröße. Und das bin ich gewillt. Das heißt, wenn ich jetzt verliere, ärgere ich mich nicht über die 100 Euro, weil das ist, habe ich gesagt, ja guck, die muss ich ja im Kopf hauen. Also ein gewisses Risiko muss ich schon eingehen. Wenn euch 100 zu viel ist, je nach Kontogröße oder nach subjektivem Empfinden, könnt ihr natürlich sagen, ja, ich mag lieber nur 50 riskieren. Dann hättet ihr halt nur 15 Stück. Ich habe jetzt hier 0,30. Ihr hättet dann 0,15 hier und hättet dann das kleinere Risiko. Also wichtig ist, macht das nicht auf meine Risikogröße, sondern die, die aus eurer Sicht sind voll. Tendenziell, aber am Anfang insbesondere lieber klein, denn ihr müsst ja auch damit rechnen, dass negative Trades dazwischen sind. Das geht mir übrigens auch so. Ich bin seit ja, fast 30 Jahren jetzt. Intraday seit 28 Jahren mit dabei und ich schaffe es bis heute nicht, keine Verlusttrades zu machen. Also rechnet damit, dass auch ihr Verlusttrades macht. Das ist normal, das gehört dazu, das hat also nichts damit zu tun, ob ihr doof seid oder einfach nur nicht so weit oder sonst irgendwie was. Es geht hier um Wahrscheinlichkeiten. Also ihr müsst damit rechnen, dass ihr negative Trades macht. Das ist ganz normal. So und dementsprechend macht die Risikogröße so, dass es aus eurer Sicht passend ist für euch und euer persönliches Risikoprofil. So, also soweit das. Das heißt, ich habe jetzt eine gute Chance Risikorelation. Ich glaube, die Trefferquote bei so einer klaren Abwärtsbewegung, so einer klaren Aufwärtsbewegung ist ganz gut und der Trade ist jetzt gesetzt. Ich werde den canceln, wenn der Kurs hier drüber geht, weil dann muss ich einen neuen Trade machen, den ich dann neu berechnen muss, weil dann ist der Hochpunkt anders und dementsprechend mein Stopp und auch mein Target anders, sprich, die Menge, die ich dann auch trade, wird dann ein klein bisschen eine andere sein. Ja, weil wenn die Stoppweite sich ausweitet, muss ich ein bisschen weniger Stücke handeln, damit ich eben genauso meine knapp 100 Euro Risiko habe. Und ich würde den dann canceln, wenn er jetzt runterkommt, müsste er ja idealerweise so aussehen, so ähnlich wie wir das hier vorne hatten. Wenn der aber stattdessen jetzt so hier runterkommt, werde ich den auch canceln, weil ich dann sage, Moment, 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 wir hatten eigentlich abgemacht, dass ein Impuls folgt. Was du mir schickst, ist eine Korrektur. Auch das ist ein Grund, warum ich das mit den Triggern hier unten so gerne mag, weil ich dann noch Entscheidungszeit habe. Bis dahin hat der Kurs Zeit, mir zu zeigen, dass er auch wirklich willig ist. Ja, also man kann natürlich versuchen, kann ich mich hier oben schon irgendwie shorten, kann man versuchen, aber dann hat man diesen sozusagen Proof of Concept, wie man so schön neudeutsch sagt, also der Beweis, dass das auch wirklich willens und der Kurs in der Lage ist, das zu machen, der fehlt dann noch. Ja, aber wenn man dann eben nicht unterscheiden kann, kriege ich jetzt das oder das. Also, wenn er das macht, dann würde ich dann sagen, ja, Moment, dann lassen wir das doch nochmal sein. Dafür setze ich mir meistens eine Alarmmarke nochmal, kurz vor meinem Einstieg, ja, könnt ihr machen, Preisalarm, und dann könnt ihr sagen, nur mal als Beispiel, aussieht Cut, noch gut, ja, oder sowas in der Richtung, und macht das Ding rein, dann kriegt ihr einen kleinen Huper da, und dann könnt ihr sagen, ja, das gefällt mir wirklich, und, oh, das gefällt mir gar nicht mehr, cancel die Order, und wartet auf die nächste Gelegenheit. Ja, also, ihr seht, wie einfach das eigentlich ist, insbesondere, wenn die Situation schön aussieht, und eins sollten wir uns merken, wenn sie nicht schön aussieht, ja, dann machen wir da keinen Trade draus. Ja, also, fühlt euch nicht gezwungen, irgendwie was zu tun, wenn ihr nicht guten Mutes da seid, aktuell. So, Euro gegen US-Dollar hattet ihr euch noch gewünscht, das können wir uns mal angucken, hier, Stundenchart, im Moment kommt der ja tapfer hoch, aber ich glaube, jemand sagte sich, ba, ba, 15-Minuten-Chart, gucken wir uns den 15-Minuten-Chart an, wobei, da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, ihr seht hier übrigens auch nochmal, wie schön man das teilweise erkennen kann, was die starke Seite ist, und was die schwache Seite ist. Nicht immer kann man das erkennen, aber häufig sieht man doch, das ist eine starke Seite, das ist so eine A, B, C, und gibt mir eben einen möglichen Schwieger für den Einstieg. Im Moment würde ich sagen, die Aufwärtsseite ist stark, was aber noch gänzlich fehlt, ist die schwache Seite. Also, jetzt würde ich nicht einsteigen. Natürlich kann es sein, dass, weil ich da jetzt nicht reingehe, dass ich dann verpasse, wie er das macht. Das ist möglich, das ist eine Schade sicherlich, aber das Problem ist, wo soll ich den denn dann auch hier stoppen? Das macht nicht so viel Sinn, aus meiner Sicht. Ja, klar, wenn dann diese Bewegung käme, wenn ich das jetzt schon wüsste, wäre mir das egal, aber da ich das ja in der Regel nicht vorher weiß, dass das passiert, ist das denkbar ungeschickt, jetzt einfach mal reinzugehen, oh, wird schon. Aber, wenn der Kurs irgendwann gleich eine A, B, C macht, also so ähnlich wie hier, A, B, C macht, oder von mir aus irgendwie so wackelt, also ganz klar zeigt, welche die blöde Seite ist. Das ist dann die gute, das ist die blöde Seite, dann weiß ich, ich will die gute Seite, das ist ja immer die steile, und dann setze ich mich da entsprechend in den Markt. Wenn ich das nicht erkenne, weil mir das vielleicht hier an einigen Stellen zu grundbucklig ist, ja, dann mache ich da halt keinen Trade. Also es ist ganz häufig, dass ich in irgendeinem Markt mal keinen Trade mache. Ja, also, das als, als, ähm, ähm, Idee dazu, wie idealerweise damit umgeht, also, ähm, aus meiner Sicht zumindest mal, die Sachen, die wirklich hübsch aussehen, da kann man sagen, hey, da mische ich super gerne mit, und die Sachen, die halt doof, doof aussehen, oder undeutlich aussehen, ja, lieber die Finger davon lassen. Ja, so, dabei geht's die Frage, der Haupttrend ist doch abwärts, ja, also hier in dem Beispiel sieht das doch nach einem Abwärtstrend aus. Ähm, wie nur geht der da long, ist der denn verrückt? Na, ist es ein Abwärtstrend? Das Ding ist ein Abwärtstrend, aber die letzte Dynamik ist doch die. Und ich gehe ja nicht davon aus, dass der Kurs da oben irgendwo hingeht, sondern ich gehe immer davon aus, dass wenn das jetzt passiert, das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal passiert. Die 1 zu 1 Projektion. Deshalb bin ich jemand, der gerne Gewinne mitnimmt. Und dann haben wir hier vielleicht einen super Schub nach unten, hier eine ABC, und dann bin ich derjenige, der an der Stelle wieder shortet, wenn der Markt da wieder durchgeht. Also, ich gehe nicht davon aus, dass der Markt jetzt notwendigerweise da hochklettert. Das kann passieren. Aber das weiß ich nicht. Aber der aktuelle Trend ist long, weil das ist die scharfe Bewegungsrichtung. Und immer dann, wenn sich zwei scharfe Bewegungsrichtungen, hier hatten wir zum Beispiel eine recht scharfe Bewegungsrichtung nach unten, und hier hatten wir eine nach oben. Das Ding hat vorläufig die Abwärtsseite kaputt gemacht. Da spielt es erstmal gar keine Rolle, wie weit das gelaufen ist. Und dann sehen wir, das ist die schwache Richtung. Und das heißt, es bestätigt, dass die Long-Seite vorläufig erstmal akzeptiert ist. Ob das hier passiert, weiß ich nicht. Es ist hier denkbar, dass die Marktteilnehmer sagen, also das war eine saublöde Idee mit dem Anstieg hier. Wir machen jetzt das. Es ist absolut denkbar. Aber das ist für mich nicht schlimm, weil das ist nicht verwechselbar mit dem da. Das heißt, nur wenn er hier wackelig, also A, B, C oder mehrfach hin und her, dann würde ich nach der Long-Seite suchen. Macht er das, was sehr häufig passiert, dass er in beide Richtungen heftig ist. Dann macht er das, und dann macht er das. Das ist dann so ein Ding, wo ich sage, streitet ihr euch wohl. Also da holen sich alle eine blutige, Nase, weil sie sagen, ich will nichts verpassen, wo ich dann sage, ich will eine Seite stark und die andere schwach sehen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Die ist übrigens nicht eine Garantie, dass es immer gut geht. Ich könnte jetzt hier, das ist vielleicht ein sehr schlechtes Beispiel, aber ich möchte es trotzdem mal zeigen, weil ich nicht den Eindruck vermitteln will, dass ihr damit in allen Situationen positiv seid. Hier zum Beispiel würdet ihr wohl sagen, das ist die starke Bewegungsrichtung und vermutlich, es ist zwar sehr dünn, aber ist das die schwache Bewegungsrichtung und manche einer würde hier an der Stelle long gehen. Gut, das war jetzt arg mitten in der Nacht hier, wie ihr seht, aber es kann ja sein, dass man das eben sagt. Und dann hat das eben nicht funktioniert. Dann hätte man hier die Long-Position mit Erwartungshaltung, dass er zumindest hier hingeht. Und ihr seht, ihr werdet enttäuscht worden. Das ist mir wichtig, weil ich nicht möchte, dass ihr sagt, nee, das kann ja nicht sein, was habe ich denn hier falsch gemacht, fangt das Grübeln an und irgendwann. Also das ist natürlich doof. Das kann passieren. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Im Regelfall werde ich wohl eher Recht bekommen. Und selbst wenn es nur eine 50-50-Situation ist, das ist mein Gewinn. Und mein Stop liegt für diese Idee hier, die 78er Marke. Das heißt, das ist mein Verlust. Ihr könnt sehen, wenn ihr in der Hälfte der Trades positiv seid, ich unterstelle mal jetzt das Target erreicht, und in der anderen Hälfte komplett negativ seid, dann wird das immer noch super sein, weil ihr verliert halt viel weniger. Also bitte geht nicht davon aus, dass ihr mit diesem Trading-Ansatz immer richtig liegt. Aber ihr könnt sagen, da lag ich daneben, aber hat ja nichts gekostet. Oder ganz wenig, im Verhältnis zu der Gewinnseite. Wir haben es jetzt eben gesehen bei dem Aussie Kanada oder was wir da eben gerade am Trade platziert hatten. Da waren das 2,7, meine ich, zu 1. Jetzt bei dem anderen, was ich eben gesagt habe, bei Gold ist es 3,5 zu 1 beispielsweise gewesen. Das heißt, ob der Trade positiv wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wenn ich 10 von der Sorte mache, dann liegt mein Gewinn irgendwo hier durchschnittlich. Oder vielleicht sogar da. Das heißt, mein Erwartungswert ist positiv. Also das ist das Wesentliche. Ich will euch das nicht verheimlichen. Im Sinne, ja, hat er nicht erzählt, dass man auch negativ. Doch, 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 doch. Das ist mir wichtig. Es geht hier nicht um Magie und Zukunft genau vorherbestimmen. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich kann das im Zweifelsfall auch nur raten. Das Gute ist nur, bei den Chance-Risiko-Verhältnissen fällt das Raten relativ leicht. So, also, kennst du die Trefferquote deiner Strategie? Ja, das ist schwierig, weil das hängt ein bisschen von der Qualität eben ab. Also es gibt einen Ansatz, den müsste ich euch mal extra erklären, wo ich die Elliott-Wellen hardcore-mäßig mache. Da liegt die Trefferquote bei 90%. Allerdings ist die Chance-Risiko-Relation dort negativ. Also mehr Verlust möglich als Gewinn. Ja, also die Trefferquote per se sagt ja erstmal gar nichts aus. Es kommt immer darauf an. Also nur mal ein Beispiel. Wenn ich hier den Stop hinterher ziehe, dann wird meine Trefferquote, also die Quote, das Target zu erreichen, nicht mehr so groß sein. Allerdings wird mein Risiko ja relativ gering sein dann dadurch. Lasse ich die Trades laufen, bis Target oder Stop, hat das einen Einfluss auf meine Trefferquote? Allerdings auch eben auf meine Gewinne. Denn wenn ich dann einen Gewinn mache, dann liegt der da oben. Also die Trefferquote alleine sagt gar nichts aus. Ja, also insofern, bei uns ist das gemischt, weil wir haben verschiedene Varianten. Typischerweise, sage ich jetzt mal, liegt unsere Trefferquote in Abhängigkeit immer von dem Chance-Risiko-Verhältnis, sodass der Erwartungswert natürlich positiv ist. Das heißt, ich kann auch damit leben. Also wir haben zum Beispiel einen Handelsansatz, eine Trefferquote von 45, etwas besser als 45 Prozent. Das klingt nicht besonders gut, aber wir machen doppelt so viel Gewinn wie Verlust. Da könnt ihr euch ausrechnen, wenn man mit Mathematik ein bisschen mal das ausprobiert, werdet ihr feststellen, naja, wenn ihr 10 Trades macht, ihr könnt nicht verlieren. In einzelnen Trades schon, aber nicht in der Summe der Trades. Ja, da wir kein fixes CRV haben, kann ich das so nicht sagen, weil unser CRV, wir haben bei einem Ansatz ist es immer 2 zu 1 oder etwas besser als 2 zu 1. Das sind die sogenannten Bornbars. Die kann ich aber jetzt hier nicht gut erklären im Moment. Da haben wir fixes CRV, 2,1 zu 1 und da haben wir eine Trefferquote von 46 Prozent in etwa. Irgendwie zwischen 45 und 48. Lasse 46 sein. Wir sind ein bisschen vorsichtig. Da kann ich das sagen. Bei den Elliotts kann ich das im Regelfall nicht sagen. Warum nicht? Weil nicht immer die Chance-Risiko-Relation gleich ist. Es kann zum Beispiel sein, dass wir diesen Trade haben und dann wäre ja unsere Zielgröße in etwa bis hier. Dann wäre das hier unser Stop, unser Entry und unser Stop geschätzt jetzt hier. Dann hätten wir also diese Chance-Risiko-Relation. Jetzt stelle ich mir den gleichen Trade hier mal daneben vor und zwar unter dieser Bedingung. Auch korrektiv, dann ist mein Entry hier, mein Stop ist hier, mein Target liegt immer noch hier. Das heißt, ich habe nur noch dieses Risiko und dieses Ding. Das heißt, bei den Elliotts habe ich kein fixes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich habe immer so ein Minimum, dass ich für diese Art Trade mit Einstieg hier und Stop da, möchte ich mindestens 1,5 oder besser sein, also größer 1,5 möchte ich sein. Also für diese Art der Elliot-Trades. Es gibt noch eine andere Variante, aber den muss ich mal vielleicht ein andermal erklären, das ist ein bisschen komplexer, wo ich den Stop quasi hier unten drunter setze. Dann habe ich eine ganz blöde Chance-Risiko-Relation, aber die Trefferquote ist aus der Praxis gesprochen in der Nähe von 90%, 85, ja 87, 89% so in der Richtung. Aber dafür ist die Chance-Risiko-Relation da negativ. Wir machen beide. Das hängt davon ab, was der Markt uns da gerade bietet. Ja, wunderbar. Ja gut, das muss ich mal gucken. Also ich denke mal, da wird sich ja auch nochmal die Gelegenheit geben, das ein oder andere da in einem späteren Webinar dann nochmal zu bringen. Keine Frage. Aber da müsste ich eine Runde mehr ausholen. Das wäre jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen. Aber es ist auch nur Elliot-Wellen. Es ist nur, dass man etwas variiert, dass man eben sagt, ich erzähle jetzt die Stops nicht so. Also zum Beispiel, ich mache nochmal ein Beispiel ganz kurz, weil es ist eigentlich eine tolle Frage. Ich habe mich ja entschieden, hier meinen Entry zu machen und meinen Stop auf die 78er. Das hatten wir ja eben gemacht. Wer es nicht mehr genau weiß, guckt es nachher in der Aufzeichnung nochmal auf YouTube an. Kann ja ein bisschen zurückspulen dann an der Stelle. Also die 78er-Marke. So, das heißt, wenn wirklich hier das Tief ist, dann ist das natürlich perfekt, weil ich eine sehr schöne Chance Risikoverhältnis kriege. Aber die Elliot sagen ja nicht zwangsweise aus, dass hier das Tief tatsächlich ist. Es wäre ja auch denkbar, ich kriege irgendwie sowas hier und dann macht er das und danach geht er erst hoch. Eine etwas ausgedehntere Korrektur, wie die auch immer dann jetzt heißen mag. Zeitwärtskorrektur wäre das. Flat beispielsweise. Ja, meine Idee, dass das der Schub ist, danach eine Korrektur kommt und es danach weitergeht, passiert oder stimmt ja immer noch. Allerdings mit meinem Stop hier, wäre ich wieder ausgestoppt oder nachgezogen ausgestoppt in der Situation. Das heißt, ich habe hier, ich sage mal so, ich fusche hier rein, indem ich eben sage, mein Stop, der Entry liegt hier, mein Ausstiegsstopp liegt hier. Elliot würde theoretisch sagen, hier unten drunter liegt der Stopp. Denn alle Korrekturen bis darunter sind noch in Ordnung, um nachher eine Fortsetzung zu kriegen. Das heißt, wir haben da eine Variation, die ist nachteilig für die Trefferquote, ganz klar nachteilig für die Trefferquote, aber viel besser für die Chance-Risikorelation. Also damit dürft ihr spielen oder könnt ihr spielen, wie ihr das macht. Ich finde unsere Variante gut, weil ich finde, dass sie sehr schön ausgewogen ist und entspricht unserem Gusto eigentlich ganz gut. Gut, da habe ich mich wohl viel durchgesetzt bei uns, aber das passt eigentlich ganz gut. Und das könnt ihr aber in gewisser Weise variieren. Deshalb zeige ich euch immer ein paar Alternativen, damit ihr sehen könnt, so könnte man das auch machen. Denn ihr dürft es genauso machen wie ich, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber insgesamt sollt ihr ja so traden, dass es für euch passt. Deshalb muss ich ja immer ein paar Alternativen zeigen, damit es dann für euch dann entsprechend passt. Ja, Hardcore-Algenwellen wäre ich gern mit dabei. Ja gut, dann werden wir das auf jeden Fall mal. Für die Zukunft mache ich das mal. Das ist kein Problem. Also es ist jetzt kein Geheimnis, aber es ist etwas umfangreicher, als zu erklären. Das werde ich bei anderer Gelegenheit gerne dann nochmal aufgreifen. Das ist überhaupt kein Ding. So, 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 so. Was habt ihr jetzt noch? Falls ich irgendjemanden jetzt mit seinen Fragen übersehen habe. Hier jemand sagte noch hier mit der norwegischen Wasserstoffaktie. Ich glaube, die habe ich hier nicht, wenn ich das richtig sehe. Das ist jetzt nicht bös gemeint, aber ich denke, die kann ich jetzt hier nicht. Wir sind ja auch schon relativ weit und deshalb müssen wir nochmal auf die Indizes natürlich eingehen. Sonst heißt es, ja super, der quatscht über allen möglichen Krempel, aber er hat nicht einmal die Indizes angesprochen. Deshalb lasst uns das mal jetzt angucken. In der Hoffnung, dass ich damit euren Geschmack auftreffe ein bisschen. Dow Jones. Fangen wir mit Dow Jones an. Das ist ja eigentlich einer der guten Aktien aktuell. Hätte man sich auch kaum vorstellen können. Aktuell hat man den Eindruck, als ob der amerikanische Standardwerteindex, der US 30, also der Dow Jones, ganz gute Chancen eigentlich nach oben hat. Er steht ja noch mit am stabilsten eigentlich da. Und wenn ich mir das angucke, Aufwärtsbewegung eigentlich relativ gut. Abwärtsbewegung macht so einen latent korrektiven Eindruck hier. Aber wenn ich mir jetzt das mal ein bisschen genauer angucke, vielleicht mal in fünf Minuten, müssen wir mal gucken, wie weit wir da suchen können, dass wir möglichst viel noch sehen. Ja. So. Das ist jetzt das Gleiche, was wir eben angeguckt haben. Hier mal ein bisschen genauer. Also ihr seht das Grundprinzip der starken Bewegung und dann der wackeligen Bewegung. Das war jetzt blöderweise nachts, aber auch hier sieht man das ja. Das ist also Standard. Das gibt es hier auch. Ja. Nicht immer ist das. Mal ist der steil, mal ist der steil. Da kann man halt mal nichts machen. So. Und jetzt gucken wir uns mal an, die Bewegung von da nach da. Ist die impulsiv? Ist die korrektiv? Und da muss ich sagen, da haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Sie hat schon irgendwie was ganz schön impulsives hier, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das hier doch noch ein Impuls ist hier nach unten. Also sprich eine Chance für nach unten. So. Das, was wir jetzt hier bisher hatten, ist allerdings auch irgendwie, das passt alles noch nicht so richtig zusammen. Das heißt, hier steht eigentlich ein Fragezeichen in beide Richtungen, weil es ist latent überlappend, also Anstieg, aber auf der anderen Seite diese Fünffälligkeit. Das heißt, für mich ist das hier im Moment, so traurig das ist, wo man sagt, ja, du musst dich doch da entscheiden. Ja, muss ich nicht. Der Markt muss sich entscheiden. Mich geht es ja gar nicht dabei. Aber was ich hier sehe, ist für mich Quälter Quark, sagen wir es mal so, um höflich zu bleiben. Also das ist für mich nicht wirklich attraktiv. Das ist irgendwie korrektiv. Eigentlich ist das hier auch korrektiv mit A, B, C. Das passt also nicht so richtig zusammen. Das ist jetzt wieder irgendwie Anstieg. Also ich würde mich nicht mal wundern, ich mache jetzt mal etwas, was für viele vielleicht sehr eigenartig ist, dass wir hier eine 1, 2, 3, 4, 5 haben, hier jetzt irgendwie eine Korrektur noch kriegen und anschließend sogar noch mal runtergehen. Wundern würde mich das aktuell nicht. Nur das Ding ist so hässlich zu handeln, weil das ist doch kein Einstieg für die Short-Seite. Soll ich da unten shorten? Nein, um Himmels Willen, bitte nicht, ist viel zu weit weg. Ja, also das ist kein Short-Einstieg mehr. Das heißt, wie gehe ich jetzt als Händler konkret damit um? Für mich als Händler ist jetzt folgendes, ich mache jetzt nichts anderes als gucken, im Moment ist das die starke Seite. Gib mir irgendwo eine Schwäche und dann kann ich erstmal wieder ein Teilstück da mitnehmen. Das brauche ich jetzt. Ja, das ist Voraussetzung. Das haben wir hier im Moment nicht. Kriegen wir das, dann bin ich wieder mit an Bord. Kriegen wir das? Okay, weiter warten, kriegen wir dann das? Ah, jetzt bin ich wieder mit an Bord. Short-Seite. Das ist blöderweise das, worauf wir halt hier immer warten müssen. Ich weiß, wenn jetzt jemand sagt, ich handel nur den Dauch, der ist total unglücklich damit, weil der sagt, ja, aber da kann ich ja jetzt hier noch ewig warten. Ja, auf der anderen Seite sage ich, ist doch total lieb vom Chart, dass er mir von vornherein schon sagt, dass er keinen Bock auf eine Aussage hat. Die Marktteilnehmer legen sich im Moment nicht fest. Warum soll ich mich dann festlegen? Ja, also das ist für mich immer so mein Argument, wo ich sage, ich weiß nicht so richtig, was ich von halten soll. Jemand sagte hier nochmal auf Stunde, wie sieht da das Bild aus? Keine Frage, das ist ein richtig schöner Schub runter. So, jetzt ist es doofe, ich weiß, es ist jetzt wenig befriedigend, aber wir müssen, wir müssen hier mal die Zähne zusammenbeißen. Das Ding hier kann zweierlei sein. Es kann die scharfe Abwärtsbewegung sein, die gefolgt wird von einer Korrektur und dann nochmal runter. Was muss ich also tun? Gucken, ob das eine Korrektur ist und danach einen Trigger gucken. Das Doofe ist, das kann auch die letzte Bewegung einer Korrektur sein, dass es hier wackelig runter ging, dann hier ABC nach oben und dann nochmal runter. Einige kennen das, es ist eine Flatbewegung. A, B, C. Wenn ihr sagt, habe ich noch nie gesehen, dann lügt ihr, dann spätestens beim, also, starke Wortwahl, spätestens beim DAX haben wir das natürlich schon mal gesehen, beim Dow Jones auch, ich zeige es jetzt mal beim DAX. Das ist genau nichts anderes als das, was wir hier haben. Es ist ganz exakt das Gleiche. Das ist 2018, ABC runter, ABC hoch und dann hier die Schubbewegung nochmal runter. Es ist nicht gesagt, dass das so tief sein muss. Es kann auch sein, dass wir in die Nähe einfach nur kommen. Aber das ist ein ganz klassisches Korrekturmuster. Also das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das kommt immer wieder vor. Das ist auch quasi hier in der Mitte vorgekommen. Ja, beispielsweise beim Dow Jones ist es vorgekommen in großen Zeitebenen, in kleinen Zeitebenen, in mittleren und genau das wäre hier denkbar, dass das eben das ist. So, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich jetzt diese beiden Optionen habe? So von wegen her, es kann das sein oder das, es ist genau das Unattraktive. Ja, also das ist denkbar. Ja, wunderbar, aber für mich erstmal gar nicht so sehr entscheidend. Jetzt ist kritisch, wird das Impuls und wackelig und Impuls? Dann habe ich null Chance für die Shortseite oder wird das hier wackelig und wackelig ist immer zwei Sachen, nämlich entweder wie wild hin und her, im Moment sieht das ja noch nicht nach wie wild hin und her aus, die Alternative ist eine A, B, C. Korrekturen könnt ihr euch immer vereinfachen, ist meistens A, B, C oder irgendwas, was wie wild halt irgendwie was ist, mit vielen Kurzüberschneidungen. Jemand hatte vorhin, Entschuldigung, ich habe das gelesen, habe es vergessen, da sagte jemand, ist das eine Bärenflagge? Ja, also es gibt eine Bullenflagge, der hat eine steile Aufwärtsbewegung und dann hier, also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, du hast einen Mast und dann hast du hier so die Fahne hier irgendwie, ja, ich bin jetzt nicht der beste Zeichner, aber ihr wisst, was ich meine, hier ist das Ding und das ist im Prinzip der Schub nach oben, das Wackelige nach unten und dann nach oben. Die Bärenflagge ist halt genau umgekehrt sozusagen. Ich bin hier ein Alienwellenfreak, ich würde das jetzt gar nicht so nennen, aber wer sagt, ich kenne aber den Begriff, ja, das ist goldrichtig. Ja, die Quintessenz dieser Geschichte ist die gleiche. Ja, also ich bin ja sehr auf die L jetzt eben aus, gebe ich zu, da bin ich ein bisschen verschossen drin, ihr seid total lieb, dass ihr das bei mir so durchgehen lasst, aber auf der anderen Seite, ich will euch ja auch ein bisschen dafür begeistern, weil das wirklich ein sehr hilfreicher Ansatz ist, um, selbst wenn man es nicht perfekt zählen kann, aber um besser den Tenor der Bewegung rauszukriegen. Ja, und man kann das natürlich gerne dann auch verbinden mit anderen Handel, hier ein S&P 500 gerade oder US 500 hier als CFD, ganz klare Aufwärtsbewegung, wackele ich runter, würde mir schon eine Idee für heute Abend geben, aber diese Hausaufgabe brauche ich. Die muss er jetzt erfüllen, da kann ich, ich kann jetzt hier nichts machen. Ja, was ich brauche, ist ein Schub, ist eine ABC in der Wartungshaltung, dass sich das fortsetzt. Denkt immer dran, nicht alles auf eine Karte setzen, nicht jedes, diese Signale wird positiv, es gibt Läufe, die dann nicht kommen, dafür ist dann eben der Stop da, der dann sagt, ah, guck mal, war ja risikobegrenzt, gar nicht schlimm, was passiert. Ich würde ja gerne noch stundenlang weitermachen, aber es ist ja, ich will euch ja nicht den Arm kaputt machen und ihr sollt ja auch euch um eure Familien kümmern und ein bisschen auch, oder eure Liebsten oder eben um andere Hobbys ebenfalls ein bisschen bewegen, tut auch gut oder selber ein bisschen auf den Markt gucken. Zusammen können wir das an dieser Stelle natürlich super gerne wieder machen, wie jeden Dienstagabend, könnt ihr euch jetzt schon merken, immer 18.30 Dienstags. Das ist nächste Woche, übernächste und so weiter immer so. Das ist eigentlich geschriebenes Gesetz. Freue ich mich, wenn wir uns also wiedersehen, wenn ihr ein bisschen Spaß daran hattet, was wir heute gemacht haben. Kommt wieder nächste Woche, wenn ihr das jetzt in der Aufzeichnung guckt, lasst gerne einen Daumen hoch da beziehungsweise abonniert das, dass ihr die Nachrichten dann schneller findet, wenn das nächste Video dann hochgeladen wird. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Traded bis dahin erfolgreich. Bleibt gesund oder werdet gesund, je nachdem. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in Wälde wiedersehen. Bis dahin macht's gut. Ganz liebe Grüße an euch. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020